Zieht euch den Scheiß rein aus Nürnberg! Servus, guten Abend! Uple ist wieder am Start. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf dem YouTube-Channel. Ja, zur Winterzeit, so kurz nach Weihnachten kann man sich auch mal ein paar Videos gönnen auf dem YouTube drauf. Wir blicken ein bisschen zurück auf das Jahr 2017. War natürlich turbulent und verrückt, auch bisschen crazy oder abgefahren. Vielleicht auch nicht ganz einfach, muss man auch sagen. Je nachdem, jeder hat ein bisschen was erlebt. Ich habe meine Geschichte, ihr habt eure Geschichten. Während ich hier gerade auf dem Pilgerweg ein bisschen entlang wandere und mir so Mainental denke, da will ich euch einfach einen kleinen Einblick gewähren in dieses vergangene Jahr, das hier abgelaufen ist. Ein paar kleine Szenen, vielleicht für ein paar kurze Ausschnitte, was so nicht gesendet worden ist oder was ein bisschen untergegangen ist. Vielleicht. Der ist tot! Der ist tot! Der ist tot, ne? Oh, das ist ja grausam! Oh je! Oh je! Ich habe keine Süßigkeiten mehr, ja. Ich kann bloß eine Mildegabe, ne? Ja, ja, ja. Hey, lass dich! Ist dir scheiße geil, verpiss dich! Verpiss dich! Nein, verpiss dich! Hau ab! Ich wollte die Flaschen klauen! Nein, nein, nur kurz zu trinken! Nein, nix zu trinken, oder was? Kurz trinken! Schleich dich, kurz trinken zu! Ja, zwei Schluck, Alter! Verpiss dich! Tut mir leid! Schleichst du dir leid, ey! Ich hätte auch die kleine Nuss verbreitet! Ich hab's am Hau oder die Mützen vom Kopf, ey! Hey! Ja, ich konnte... Verpiss dich! Mal fragen, mal! Mal fragen, oder hier lang auf die Bundeskarte! Ja, das tut mir leid! Schleich dich! Hey! Lavendel, oh la la! Hab was gepflanzt, es hast Lavendel, oh la la! Und jeder fragt mich, wos was gibt von dem Dada? Geh halt zum Dealer mit dem Bäckler! Vielleicht hat er ein Bäckler! Lavendel, oh la la! Was passiert do? Der all crazy Typ, was rappt der Kirano? Das hier hört sich echt ein bisserl an wie sie do! Lavendel, sonst kommt die Hexen, haut an Fluch roh! Wer kommt wieder? Sind der kleinen Affen schon mit Malelita? Findest du das nicht? Ein wenig arg viel Zwieback! Yes, ab jetzt kommt wirklich mal das Gute wieder! Jaaaaaaaa! Ich bin der Welt in der Luft! Bei ist es soweit! Heute hat's geschneit! Tschüss Weihnachten, bis Weihnachten! Bis Winterwein! Jakob, hast du dein Geschenk aufgebaut? Das ist ein Ralfsaalgeschenk, kannst du ihn wieder mal lesen. Ich bin dumm. Ich bin behindert. Da muss doch ein Zettel dran gehängt sein. Da war nix dran. Nee. Ich hab ihn verskundet. Er hat vollzieht gleich gültig. Er hat vollzieht gleich gültig. Er hat gerade nicht gemerkt. Mach es doch noch wieder zu. Da muss noch was unter dem Baum liegen. Hat ja keiner gemerkt. Jetzt ist es wieder unter dem Baum. Noch ist es da. Noch ist es da. Jetzt ist es wieder unter dem Baum dein Geschenk. Du hast noch zwei Geschenke unter dem Baum. Du hast noch mehr Geschenke unter dem Baum. Was hat das auch? Na ja, guck mir gefällt auch was lustiges. Schmutzimaker. Das ist das. Das ist das. Das springt. Das ist das. Smoothimaker. Mach es auf. Mach es auf. Mach es nicht mehr von oben. Ich bin nicht mehr von oben. Geht es wieder mit dem falschen Paket. Oh man. Mach es halt auf. Mach es auf. Was ist das? Ich kenne bloß Nüsse. Hab ich jetzt wieder was falsch? Was ist das passiert? Schau mal was drin ist. Schau mal was drin ist. Ein kleiner Wunzi. Muss ich reinschauen. Das Geschenk. Von Jakob. Holz. Schau mal auf den Zettel. Ich sehe den Zettel. Wo ist der denn? Der hat den in der Hals. Der hat den in der Hals. Der hat den in der Hals. Der hat den in der Hals geschickt. Oh, nee. Deutscher. Ja komm. Hab ich ein Zettel-Zeichen geschenkt? Oh schade. Noch kein Sushi-Baker. Ich denke, Sie schickst den Sousi-Baker. Jetzt massacre auch die kleine Schachtel vor drei veces. Ich hab doch irgendwie eine Schachtel nehmen müssen. Los und schnaufe dir die Kelle. Ich schleifle an das Wasser. Ich schenk. Musik Kann man da hinschalten? Bist du wahnsinnig? Wieso? Kannst du mal da oben das abnehmen? Weil da kann ich so den Heimer rein Bitte, bitte Geht wieder rein Ich hab's eilig Ja genau Von den Mitarbeitern Da geht er hinten rechts um die Ecke Bist du wahnsinnig? Ey, komm geh weg von mir Hier bist du rein In Hose, ne? Renn mir nicht nach. Bist du wahnsinnig, oder was? Ein Tipp oder so, bitte. Alter, geht da um die Ecken runter. Links um die Ecken, da hinten, links. Halt's nicht mal aus. Geh weg von mir. Bitte, bitte. Mach doch, ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Ja, das ist ja sehr schön. Du musst aber immer solche abgepackten Dächse machen. Nein, aber ich fand den jetzt auch so eine Gleichheit. Ja, das ist ja schön, aber muss es trotzdem so abgefuckt sein? Nein. Da hast du es mal am besten, wo du dein Liebeshymne gesungen hast. Also ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen. Wenn doch, dann tut es mir leid. Ihr könnt gerne mal eure Meinung unten unter dieses Video in den Kommentaren. Schreiben. Was war euer Highlight dieses Jahr? Beziehungsweise was hat euch genervt 2017? Schreibt es uns gerne und teilt es uns mit. Wir würden uns sehr freuen über eine persönliche Meinung. Jetzt bin ich hier gerade in einem Pferdeunterstand angekommen, dessen Bauweise mich doch sehr fasziniert. Wie ihr wisst, dieser Kanal, auf dem wir uns gerade hier befinden, Uble 09, wie er in der Ursprungsform damals gegründet worden ist, könnte ohne euch da draußen nicht so funktionieren, wie er momentan funktioniert. Der könnte nicht existieren ohne euch. Und deswegen bin ich euch auch, was ich viel zu selten erwähne, zum Dank verpflichtet. Ja, ich bekomme immer wieder Input, ich bekomme Informationen, ich bekomme Nachrichten von euch. Das ist überwältigend und ich kann es gar nicht alles aufnehmen. Wie ihr wisst, ich war die letzten sechs, sieben Wochen nicht im Facebook drin, aus einem ganz besonderen Grund. Und zwar wollte ich einfach mal testen, wie das so ist, wenn man auch mal abschaltet, wenn man sich eine Auszeit gönnt und wenn man mal weg ist von der Bildfläche. Ich meine, ja, ich kann es mir leisten, ich kann das mal in Zeitland so laufen lassen. Natürlich, irgendwann zieht es einen doch wieder zurück, weil dann die Fake News oder die aktuellen Meldungen, ich weiß nicht, was jetzt gerade momentan so überwiegt, einen wieder zurückzieht. Nein, natürlich sind auch ehrlich gemeinte Anfragen und Kommentare und wirklich gute Leute dabei. Ich will jetzt gar nichts runterspielen oder gar keinen Fass aufmachen. Aber ja, man kann schon sehr gut ein bisschen die Richtungen und Leute einordnen, klar. Ich wünsche euch einfach einen guten Rutsch, alles Gute für 2018. Wir werden uns mit Sicherheit wiedersehen hier auf dem Kanal, mit Sicherheit. Und wir werden auch immer wieder neu angreifen, auch wenn uns das Leben manchmal schwer gemacht wird oder wenn es mal gerade nicht so rosig ausschaut. Mir geht es nicht um die Klicks, mir geht es auch nicht um jetzt eine riesen Reichweite oder so. Oder um das finanzielle Aspekt. Mir geht es einfach um ein gutes Miteinander und eine kleine Community, die sich eben aktiv beteiligt, so wie ihr das immer macht. Und jetzt schauen wir einfach mal voraus und lassen uns überraschen, was hier so passiert. Ich kann nichts verraten, aber es wird auf jeden Fall spannend werden. Denn nächste Woche an dem Freitag, ich glaube das ist der 5. Januar, da werden wir uns bereits schon abends sehen zu einem kleinen, naja, ich würde es mal so, Überraschungsshow ankündigen. Vielleicht auch mit ein paar aus älterer Vergangenheit eingeworbenen Inhalten. Lasst euch überraschen und gönnt euch einfach mal diesen Startschuss 2018. Verabschieden möchte ich mich mit einigen Eindrücken hier aus der Umgebung und auch noch mit ein bisschen Musik, die mich dieses Jahr ein bisschen begleitet hat. Alles Gute, viel Spaß und bleibt immer schön digital und multimedial. Servus, ade, macht's gut. Das ist noch das. Für den Klumptau. Da sind noch mal Knappplätze. Das ist von Denny. Eifel! Eifel!